so wen haben wir hier denn jetzt noch auf der liste noch mehr abgrasen hier leid ihr mal machen ok nehmen wir uns den nächsten vor die modehaube fliegt auch schon durch die gegend da ist der nächste kandidat lasst uns friedlich bleiben mein freund bist du verschwinde darüber gelaufen sein sehen was er jetzt macht er macht nichts der steht aber doof immer andersrum kann ich da rein der kommt schön ach die rufen gleich die polizei scheiße kann ich nicht machen da kann ich vergessen genau ich auch jetzt kann ich mir den ok das dauert noch bis der kommt hier liegt geld rum auch nicht schlecht ach shit hier kann ich gar nicht doch hier muss ich da rum können hier war doch mal ein bisschen anders dran an die geschichte der mann sagte er habe dich gesehen das ist doch quatsch ich war um die ecke und unsichtbar wie glas nächstes mal stelle ich dich auf die andere straßenseite wenn sich diese leute beobachtet fühlen machen sie keine geschäfte und wenn sie keine geschäfte machen wird ich schwöre dass ich was gehört habe ah der guckt hier jetzt her oder guckt er gleich weg was war das denn hier sind alle willkommen solange sie sich vernehmen so rein da rein da rein da so geh rein da wir drehen jetzt ne runde so wunderbar das hat ja mal cool geklappt hier schnell weg schnell raus oh shit dies war das nicht so gut geklappt du willst es dann nimm es verflucht nochmal wo 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 Oh, wow, 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 wow. das ist der wasser wo hier habe ich keine möglichkeit wo Ich fuß den verdammten Rübe weg! Ich kann alle ein-einigen. Ich bin getrapt! Officer im Einsatz verletzt. Huh? Du bist ja falsch, Freundchen. Das ist dir, ich habe dich. So, schnell weg, ja. Sehr schön. Woh, 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 woh. schnell weg schnell weg hoffentlich sind da keine kurule alter schwede scheiße auf die sind ja keine kodile schnell auf eine andere seite schwimmen ja oder ist aber eine ganze ecke auch bloß hier raus aus dem wirkungskreis ja jetzt sind wir gleich raus muss ich immer eine runde zu schwimmen scheiße ein koko schwein gehabt da ist ein elektroteil nice das war zu spät mein lieber so jetzt müssen wir erstmal wieder sehen dass wir da wieder hinkommen bis hier sind wir jetzt da müssen wir wieder hin sehen dass wir einen fahrbaren untersatz zu kriegen so kann man es hier her schicken lassen so schicken wir meine höhle da ist er schon hier sofort rüber das ist nice da ist die neue höhle ich habe ja momentan das ist eine große hilfe so jetzt machen wir jetzt machen wir die typen alle einfach zieh dich das letzte mal hat er noch glück gehabt da haben wir richtig glück gehabt dass im wasser der alligator uns nicht so schnell gesehen hat schnell wieder dahin wo die karte hat aber auch dampf Und wir sind wieder da. So, und der Papa haben wir nicht. Wo ist der Typ? Ja, das ist doch mal doof, wenn das in der Öffentlichkeit ist. Shit. Shit, 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 shit. Wo rennt der denn jetzt hin? Mach Adrenalin! Ah, shit, 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 shit. Kommt der zackt doch wieder weg hier. So. Wann verzieh dich da? Ah, das darf doch nicht wahr sein. Immer ist da so ein Idiot im Weg. So schnell raus hier. Oh, ich hab's geschafft. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, ich wusste nicht. Ich muss sehen, ich muss weg, ich muss weg. So, die Frage hier. So, boah. Übergefahren. Und ich hab wieder plattreifen. Boah, hammerhart, Keuer. Aber den Typen hab ich erledigt. Shit, schon wieder meine Alma auf die Reifen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Krass. Cool. AKE GRSKL-KTHOMEN Raus, 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 und in eine andere Karre rein. Nein! Was für eine Aktion hier. Oh nee, nicht schon wieder die Reifen. Ich muss ins Wasser. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ja, rüber, rüber, rüber. Hau doch, mach doch. Was machst du denn da? Hau ab. Oh, ja, 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 ja. Oh, ich habe ihn mal verpasst. Lauf, lauf, lauf. Lauf doch. Weg hier. Ich bin. Wie geht's denn so? Ja, gut geht's mir. Ah. So, erstmal aus dem Bereich raus hier. Und warten. So, verpiselt euch. Hier ist keiner. Ja, wunderbar. Verfolgung beenden, Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole, Verfolgung beenden, Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Jawohl, meine Lieben. Die Folge war heute ein kleines bisschen länger. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wir haben es geschafft hier. Wir sind entkommen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, lasst doch ein Like da. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020